Oh, merci. Nein. Ach, mein Mann versucht weniger zu rauchen. Er sagt, wegen des Krieges rauchen alle zu viel. Ich hab nur Gutes in der Stadt über ihn gehört. Nur Gutes. Nehmen Sie Platz. Ihr Mann versteht uns nicht? Äh, nur ein wenig. Votre femme a demandé, si elle pouvait vous emmener au Ball de l'Ambassadeur de moi. Eh, oui, mais si c'est ton problème, je comprends. Er scheint gar nicht kommen zu wollen. Ach, da findet so ein dummes Pokerspiel in der Rue Valence statt. Verstehe, verstehe. Qu'est-ce que tu dis sur moi? Ne m'embarrasse pas, tu viens, c'est tout. Gut, Ihr Mann spielt Poker. Also, er ist davon besessen. Genau wie ich. Genau wie ich. Und jetzt heben wir ab. Die höhere Karte gewinnt. Was gewinnt sie? Wenn seine Karte höher ist als meine, kann er zum Pokerspiel. Wenn sie niedriger ist, muss er zum Empfang kommen. Das ist doch absurd. Mélanger, Monsieur Bern. La carte la plus forte gagne. Bergbau? Ja. Er arbeitet mit Phosphat, richtig? Das ist richtig. Das ist richtig. Unfall, Herr Bernd. Ein Pas-de-Pocard für Sie? Merci. Au revoir. Ach, noch etwas langweilig. Vorschriften. Bei nahen Namen auf der Liste. Monsieur Bern, écrivez-moi la Formule chimique de Phosphate, s'il vous plaît. Werner. Ich habe noch ein paar Sachen, Ich werde noch nicht gucken, wie ich da hinten gewassst, Ich habe noch nicht alles aufgenommen. Wenn ich hier, zuerst leise. Sob. Wenn ich das hier, Ich sehe Sie beide morgen.